willkommen bei einem neuen projekt wir spielen stalker shadow of cernobyl genau gesagt wir spielen die gesamte stalker reihe bald kommt schon stalker 2 ich werde leider nicht schaffen zum release von stalker 2 videos dazu zu machen deswegen dachte ich mir wir spielen es einfach an modded stalker fangen mit shadow of cernobyl angefolgt von clear sky und in call of pripyat ich habe das spiel zu release irgendwann mal durchgespielt das ist schon so ewig her dass ich keine ahnung mehr ab der hälfte des spiels wie es eigentlich ausgeht oder weitergeht wir spielen auch tatsächlich ganz entspannt auf stalker ich möchte fun haben bei dem spiel möchte die atmosphäre genießen und ich hoffe ihr bleibt bei diesen wundervollen abenteuer dieser wundervollen zone bei mir auch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dabei hätte der Tod ihm Ruhe vor den Träumen gebracht Mal sehen, was sie Dolowitsch für dich zahlt Was hast du zu bieten? Was hübsches, ist vom Totenwagen gefallen Er trägt das Zeichen Na, du weißt ja, wie das läuft, leg ihn einfach Der hier lebt noch Scheiße, du verarschst mich Hol mich die Zone, wenn ich's tu, Mann Leg ihn hier hin Ich denke, für den hier Gebe ich dir Also, Gezeichneter Ich habe dich gerettet und werde gar nicht es zu tun Als hätte ich das getan, um in den Himmel zu kommen Du erledigst ein paar Jobs für mich, dann sind wir quitt Außerdem ist es bestimmt besser gegen deine Amnesie, wenn du beschäftigt bist Ich versuche so viel wie möglich über dein Problem herauszufinden Es ist mir scheißegal, warum du diesen Strelok finden musst Ich kümmere mich um meinen Kram Und solltest du die Absicht haben, ihn zu töten Nun, dann wirst du schon deine Gründe dafür haben Du hast die Wahl Entweder bekommst du die gleiche Gehirnwäsche von mir wie alle Anfänger Oder ich behandle dich wie einen echten Stalker und gebe dir direkt eine Mission Wir werden direkt eine Mission nehmen Die Gehirnwäsche brauche ich nicht Ich habe einen Job für dich gezeichneter Ich will, dass du einen Stalker namens Nimble findest Er hatte einige äußerst wichtige Informationen bei sich In der Nähe der Brücke ist er verschwunden Finde ihn Ob tot oder lebendig, ist mir vollkommen egal Ich brauche den Datenträger mit der Info Geh zu Wolf im örtlichen Lager und frag ihn Er weiß mit Sicherheit, wo der Typ sein kann Das wäre für den Moment Bring mir das Laub weg Dann hast du schon mal zum Teil für deine Rettung bezahlt Gut Dann mal gute Jagd, Stalker Danke Oh Gott, erst mal an die Stalker Ist eine Weile her Noch tiefer ducken Keine Ahnung, welche Tasse das ist Das ist nicht belegt Ah Okay Hey, warum bist du hier? Hey, ich muss mich mit Nimble treffen Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nimble wurde mitgespielt Seine Gruppe ist nicht weit von hier ein paar Banditen angegriffen worden Er konnte mir nur eine SOS-Nachricht schicken Sieht so aus, als ob seine Leute erledigt sind Meine Jungs haben mir erzählt, dass diese Bastarde jetzt am alten Parkplatz auf der anderen Straßenseite sind Du rettest deine eigenen Leute und nicht aus dem Gefängnis Das nenne ich nicht sehr freundlich Oder bist du nur zu schwach, um es zu tun Ich weiß nicht, ob ich vorlesen sollte Ich glaube, ich lasse das mit dem Vorlesen, oder? Nein, erst mal gucken Ich würde dir eine scheuern Aber was hätte ich schon davon? So einfach ist das nicht Ich habe so wenig Leute Und die, die ich habe, sind hauptsächlich Anfänger Ich kann das Risiko nicht auf mich nehmen Wenn wir dieses Lager verlieren, dann sind wir Dann wird es für alle Stalker da draußen nur noch schlimmer Aber was ist mit dir? Wenn du dir nicht gleich in die Hose machst, wäre ich nicht stolz Wenn du dir nicht gleich in die Hose machst, wäre ich nicht stolz, um deine Hilfe in Anspruch zu nehmen Hilfst du mir also mit diesen Typen? Glaubst du, ich könnte das allein erledigen? Nee Allein hast du keine Chance Meine Speer sind gute Soldaten Und im Augenblick sind sie genau hinter diesen Freaks Gemeinsam konntet ihr es schaffen Was meinst du? Ich werde es versuchen Leute, ich schicke jemanden zu euch, also macht euch bereit Angreifen, wenn nötig Over In Ordnung, Wolf Schick ihn rüber Solange er uns nicht im Weg steht Out So, erstmal will ich ein paar Sachen besorgen, aber Aber ich habe schon ewig nicht mehr gespielt Deswegen müssen wir jetzt mal hier ein bisschen Gucken Wir können auch mal früher oder später mit allen reden Erstmal Nein Ach Gott Wir reden früher oder später mit denen, aber erstmal Ja, machen wir ein bisschen hier den Anfang So, da haben wir Den Söldneranzug Besser als unser Stalkeranzug Ich bin mir grad nicht sicher, ob hier drin noch was war Hier müsste doch ein anderes Haus Machen wir jetzt mal die Kisten auf Wunderbar Hier drin ist nix Ich glaube meine Maus ist auch ein bisschen zu schnell Erstmal nehmen wir aber ein paar Sachen mit Ja, ja, da will ich meine Waffe wegstecken Das hier ist eigentlich gar nicht da Die Luke Werden wir gleich sehen, weil ich will hier auch auf das Haus rauf Da ist so viel, ich weiß auch noch was Und dann gibt es noch eine Kiste etwas außerhalb vom Lager Die holen wir dann auch Aber wir reden noch mit allen Leuten im Lager Nachdem wir die erste Mission gemacht haben Und dann muss ich mal kurz rausfinden Ich weiß, dass das Ditch for the Planet ist oder so Der Song, der da eben im Radio bei unserem Freund im Bunker lief Da bin ich mir nie sicher Der müsste Copyright geschützt sein Ich muss mal gucken Oder Ditch for the Planet Und Artefakt, Steinblume, wunderbar Gut, äh Gut, äh Der Luke ist nicht da 3 und plus 5 Panzerkrappe dafür So, wir haben Pistole, sonst nix So, wir speichern hier Den wollen wir uns nicht anlegen Das sind Militär Das sind eine Gefahr für uns am Anfang Das hier im Gebüsch, was ich suche Das ist hier unten in dem Gebüsch Das müsste da sein dann Perfekt Wunderbar So, und jetzt haben wir schon mal die Munition für den Anfang Das sind so ein paar Sachen, die ich noch weiß Äh Gut, dann gehen wir jetzt mal unsere Mission machen Sache ist, ich glaube Den Stalkeranzug verkaufen wir Auch wenn das Reparieren unseres anderen Anzugs teuer ist Müssen wir mal gucken Wir haben einiges zu erkunden Also das Spiel ist Da sind auch noch Kisten Die wir plündern können später Aber erstmal Machen wir jetzt die erste Mission Oh, Stalker ist so So schön einfach wieder hier zu sein Das ist Für mich ist das Spiel so ein bisschen wie Heimat Wollte ich gerade sagen Militärhelikopter Ah, verdammt Die Schmerzen sind zu viel Ich sterbe Lebst du? Ich bin in Ordnung Blut nur überall Gibst du mir einen Medikid? Hier, bitte Du bist in Ordnung, weißt du Ich werde im Lager allen erzählen, dass du mir geholfen hast Ja, der hat uns gerade aufgeklärt sozusagen Danke, mein Freund Ein wenig später Und ich wäre Ich wäre Was zum Teufels passiert? Wir kommen gerade von einer Erkundung Sind einige Manditen begegnet Einer unserer Jungs ist getötet worden Die haben sich Nimble geschnappt Dann hat er sich eine nette Geschichte über ein Lager voller Artefakte ausgedacht Ich selbst habe mich totgestellt Das hat mich gerettet Ich muss mit einem Nimble treffen Ich suche ihn Kommst du mit? Nee, 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 nee Wir nehmen ihn nicht mit Ich möchte ihn nämlich nicht mitnehmen Wir können ab und an mal NPC-Begleiter haben Die sterben aber in 19% der Fälle Und das möchte ich dir nicht antun Oh Wenn ich mich recht in Sinne Hier drin gibt es eine Pistole Warte hier Oh, ja, da ist die schallgedämpfte Pistole Oh, ich bin nicht kaputt gekommen Nee Mal ganz kurz gucken 1918 1918 gleich Munition Hab ich hier gerade Blinde Hunde gehört? Ich höre Blinde Hunde Also ein Stalker Die Waffen sind nicht immer 100% präziser Das sind blinde Hunde Ja, sind halt blind Können aber Durch irgendwie die Ich weiß nicht, wieso die uns sehen können Irgendwas mit der Zone Und sie laufen auch ab und zu mal in Anomalien rein Und sind dann Maybe tot Das Kampfsystem Das Kampfsystem, also das Waffenhandling und so Wird in anderen Teilen angenehmer für die, die jetzt auch mal spielen wollen Aber der erste Teil ist trotzdem angenehm Ich muss auch auf den zweiten aufpassen Also Das Piepen heißt, wir haben gerade Ein Versteck gefunden Ein Versteck gefunden Für Sachen Und Persönliche Notiz Wer bin ich? Das lese ich jetzt mal nicht vor Und erste Eindrücke auch nicht Die könnt ihr euch gerne selber durchlesen Und hier hatten wir Nachrichtenverlauf Von Sachen, die passiert sind Aber wir sehen nichts von dem Helikopter Und ja, hier Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen Das ist unser Wiki, wollte ich gerade sagen Der Außenposten Die Müllhalde Wächterfraktion Und das Steinblut Das ist ein Artefakt Das ist ein Energy Drink Den nehmen wir auf jeden Fall Ich habe keine Ahnung Was die Schnelltasten für Bandagen und so sind Das ist natürlich jetzt blöd So, das sind die Speer Cool Hallo Kumpel Wolf hat dich bereits angekündigt Hast du noch mehr Fragen? Ja, wie viele Banditen halten dich im Lager auf? Sieben oder acht Zwei am Tor Zwei weitere im Gebäude Zwei rechten Beim Feuer Und zwei weitere im Gebäude Zur linken Dort halten sie sich Nimmel fest Und die meisten hängen noch jemand auf dem Hof rum Das müssten alle sein Sollen wir ein Gebet sprechen und loslegen? Nein Wir würden zu viel Lärm machen Ich gehe alleine Nun, mach das Wie du willst Ruf uns, wenn es Probleme gibt Zur Hölle mit dir Du möchtest gern Rambo Kannst du mir irgendwas Interessantes erzählen? Ganz genau Ich stecke hier fest Ich gehe mich nach Hause Aber sie lassen mich nicht Das ist alles Die Jungs, die sich tief in die Zone hineinwagen Die sich auskennen Erzählen so manches Manchmal bringen sie auch ein paar Sachen mit Da wird man fast neidisch Man erzählt sich von Bergen Von Schätzen Man kann sie einfach so mitnehmen Naja Naja Es schaffen nicht viele bis dorthin Und zurück kommen noch weniger Quick save and go Wir gegen circa acht Banditen Headshots regeln Die haben aber schon bessere Waffen als wir Perfekt Headshot Man muss aufpassen Die KI kann durch Sachen durchgucken Büsche und Co Sind diesen Teil besonders schlimm noch Zwei down Zwei down Mindestens einer müsste eine Maschinenpistole haben So viel ich weiß Oder auch eine Shotgun Die Shotgun kann das one hinten Ich muss nachladen Lass mich mal in Frieden Ich meine wir starten mit 500 Schuss Wir haben auch nicht so viele Safe Spots Um Sachen zu lagern Da gibt es echt nicht viele Kisten Okay Zwei noch Was ich gerne mal kurz machen würde Wenn ich die Munition mitnehme So viel erledigt Können wir mal kurz quicksafen Die Pistole will ich nicht Wir haben noch andere Munitionen Ne wir haben nur die Wir entladen die Pistole Wir haben beide noch relativ guten Zustand Dann nehmen wir die auch nochmal Man wird einfach nur Boah, hab ich mich erschrocken Munitionen Wird etwas Problematisch Früher oder später Ich hatte immer Probleme damit gut umzugehen Aber na gut Hier ist noch einer Weißt du, da sind auch noch ein paar Secrets Und so Und die kümmern wir uns auch noch Boah, Gott So, wir werden jetzt erstmal alles besorgen Was ich hier weiß Bevor wir nimble helfen Ja 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 Hallo Ich weiß auch nicht mehr Was hier Oder ob hier was drin ist Oder ob das im Kirst Oder ob die Sachen, die ich jetzt gerade denke In Clear Sky sind Hier gleich nimble Da hinten wurde gekämpft Manche können auch nicht erwarten Verletzen wollte ich mich ja nicht So Hier durch Mal kurz Einmal gucken Da ist nichts drin Die Dinger können hochgehen Da sollte man nicht drauf schießen Ich glaube, die können hochgehen Hey Lebt noch jemand Muss ich noch sitzen bleiben Kann ich weg hier? Bei Energy komme ich nicht ran Wodka Das ist ideal Ich schulde dir was, Bruder Ich kann dir gar nicht genug danken Danke, Bruder Du hast uns einen großen Dienst erwiesen Ich weiß nicht einmal, wie ich dir danken soll Hör zu, ich brauche das Laufwerk Dass du aus den Dass du den Händler bringen wolltest Hast du es noch? Ja, ich hab's noch Die Toddel haben mich nicht einmal ordentlich durchsucht Naja, was soll's Nimm es hier Du hast mein Leben gerettet Es war gut versteckt Die Banditen filzen einfach Die Banditen haben vom Filzen keine Ahnung Danke, wo hattest du es denn nun aufbewahrt? Wer weiß Vielleicht kann es letztlich sein Da unten habe ich es nicht aufbewahrt Ich glaub ja nicht Warte, was? Da? Unten habe ich es nicht aufbewahrt Ich glaub ja nicht Ich arbeite schon lange für den Händler Ich weiß, wie ich Informationen sicher aufbewahren kann Ach, übrigens Ich hab den Banditen eine nette kleine Geschichte über ein Lager von Artefakten erzählt Und die haben mir jemanden zum Nachsehen geschickt Das Lager existiert, aber es ist nur ein Artefakt Ich kann dir die Koordinaten geben, wenn du möchtest Ja, danke Aber jetzt nicht Dort sind viele wilde Tiere Ach ja, und der Typ, den ich geschickt hab Ist mehr bewaffnet als nur mit einer Schaufel Sei vorsichtig, Mann Ich hab zu danken Schon gut, kein Problem Ich brauch mal Auftrag Hast du was für mich? Hier gibt's was Ich hab den vollenden Anzug finden Während es sich im Gefangenschaft war Hörte ich von den Banditen Die sich über versteckte Versteck unterhielten Indem sie den Habar aufbewahren Anklebiges verstecken sie dort auch einen ziemlich abgefahrenen Mantel Aber am nächsten Tag hat ein Monster sich im Versteck gemütlich gemacht Nun trauen sich die Banditen nicht mehr dorthin Tu mir einen Gefallen und bring mir den Anzug zurück Ich werd dich gut bezahlen, bin dabei Hast du einen Auftrag für mich? Nein Kannst du mir irgendwas Interessantes erzählen Oder mir solltest du es Neues geben? Stell dir das für einen Kindergarten vor Oder eine Vorschule Blablabla, nichts Interessantes Energy Keiner Oder auch nicht Das auch nicht Die Kiste hier sollten wir Nicht kaputt machen So mal kurz gucken Ja da wollte ich als nächstes hin Verstecktes toten Stalker Verlassene Mühle Und wir haben hier ein Versteck Da ist ein Versteck Da ist ein Versteck Und Irgendwo hier sind Artefakte Okay Wir gehen erstmal hier hin Das machen wir noch in der Folge Und dann gehen wir zurück zum Kordon Also zum Lager Okay Okay Die müssten wir eigentlich ausweichen können Wenn wir den bei einer Seite lang laufen Langs nur blinde Hunde Sind das alles in Ordnung? Ich meine die Chance dass wir was dabei haben Ist glaube ich sehr gering Sicher ist sicher Wir speichern mal Bin mir nämlich nicht sicher Oh Psyduck Wie funktionierten die nochmal hier im Spiel? Weiß es nicht mehr Und da haben wir es Gewöhnliche schwache Banditenrüstung Ja bei weitem schwächer als unsere Können wir auch verkaufen Oder Nimble geben halt Und jetzt ziehen wir uns erstmal zurück Dann würde ich tatsächlich die erste Folge gleich schon beenden Ist nicht so lang Das ist aber ein guter Anfang Ja uns an Keine Ahnung Vor allem weil ich nochmal gucken will Was es mit der Musik auf sich hat Copyright technisch und so Will mir da ja keine Probleme einfangen Pistolen könnten wir eigentlich verkaufen Ich habe ja in Erinnerung Dass der hier doch was geladen hat War wohl in Clear Sky Wir gönnen uns einen Frank Wollte ich gerade sagen Energy Ja Schöne Zone Tschernobyl Okay ihr beide chillt hier noch Oh ihr hattet Probleme mit einem Wildschwein Sag mir nicht aber Buddy ist tot Ah nee Da steht hier okay Alles gut Langsam man Na das war doch mal was Du hast einfach ausgelöscht Du hast ja einfach ausgelöscht Und nicht was übrig gelassen Wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte Würde ich jetzt nicht glauben Die haben währenddessen Wildschwein getötet Das war ein Schuss daneben Wir gehen einfach oben rüber Sollte passen Blind Docks sind per se nicht gefährlich Ich habe selber gefährlicher Ernährung als das Naja Aber ich glaube die Quest geben wir erst in der nächsten Folge ab Danke fürs Zusehen Euer Remskill Haut rein Ciao ciao